Er ist einer der Top-Creator zum Thema Video-Editing in Amerika. Sein Channel ist eine Inspirationsquelle für hunderttausende Abonnenten. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Jordan Ohm auf der IBC 2023 zu sprechen und ihn zu fragen, woher er seine Kreativität nimmt, wie seine Videos genau aufgebaut sind, welche Tipps er vielleicht auch aus seiner Erfahrung für euren Videoschnitt geben kann und was er von KI in der Videobearbeitung hält. Ein spannendes Interview, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Deswegen schauen wir direkt rein. Ich war in der ersten Jahre, Film School. Ich war mit einem Film Film und hatte keine Ahnung, was ich was zu tun. Und so habe ich alle die Locationen, die Permits, die ganze Sache gemacht habe. Und ich war so, das ist wirklich hart. Ich weiß nicht, ob ich mich für diese Filmmakingen gemacht habe. Ich bin in der Editingen Lab auf der Campus und habe ich, die Editingen Tutorials auf der Seite, die Software auf der Seite, und ich habe einfach zu tun, um die Bilder zu tun, und es war magisch. Es war nicht großartig, aber ich hatte so viel Spaß, mit der Musik und all kinds von Effekten. Es war so viel Spaß. Ich bin in der Edited Lab am 5.00 Uhr. Ich bin auf die Uhr, und es war 5.00 Uhr. Ich war, dass ich, tatsächlich, für 12 Stunden geduld bin. Und ich dachte, ich denke, ich kann das für ein lange Zeit machen. Editing ist ziemlich viel Spaß. Und von dann an, ich habe mich als Editinger in Film School gewonnen. Und ich habe zu editieren, wie viele Projekte ich konnte. Und dann habe ich angefangen, Freelance Editingen nach der Schule. Ich denke, ich denke, Editingen ist das erste Mal, dass du den finalen Produkt bekommst. Wenn du filmst, wirst du wirklich nicht wissen, was es zu sehen, was es nach Ende wird. So, wenn du es Editingen und wenn du es nachdem, du siehst das Video, oder Film, oder Film, oder Film, oder was es für die erste Mal, oder so. Das ist so spannend. Es ist so, wow, das ist ein realer Film. Und du siehst, wie die Zuschauer wird es sehen, für die erste Mal. Und ich sage, dass Editingen ist das erste Mal, wie die Zuschauer wird es sehen. Die Zuschauer ist die Zuschauer, sozusagen. So, das ist ziemlich spannend. Ich liebe meine Videos sehr clean. Ich liebe es nicht zu verwenden, ich liebe es zu verwenden. Ich liebe es in Kamera. Wir waren über das, Nico. Das ist super lustig. Und so, ich liebe es, dass meine Videos sind perfekt. Und wenn ich sage das, ich meine, dass ich sehr, sehr, sehr specific, auf woher ich will, die Film, woher ich die Audio zu kommen. Timing ist alles für mich. Ich bin ein Drummer selbst, so ich wirklich sehr, 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 sehr interessiert, so ich wirklich sehr, 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 sehr. Und so, ich würde sagen, sehr, 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 sehr. Das ist wie ich meine Style. Ich fühle mich die meisten Kreative im Ausland. Heck, ja, wir sind jetzt jetzt. Das ist toll. Outside, ich fühle mich, ich fühle mich mit Natur und ich fühle mich, Gott ist die meisten Kreative in der Universität. Und er hat sich viele, sehr, 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 sehr. Und ich denke, das ist meine Sorge von Inspiration. Und so, es ist ein Bummer, dass, wenn du in den EDITen kannst, oftmals du denkst, oh, ich werde in den EDITen, ich werde in den EDITen, in den Dörren, in den EDITen. Wenn ich wirklich die meisten Kreative wäre, wäre ich außerhalb von meinem Laptop. Ich würde einfach mal ausprobieren. Ich versuche, was andere Leute haben gemacht. Und dann, ich versuche, zu machen es mein eigenes und expandieren. Ich benutze, 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 zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, und zu schreiben. Ich persönlich mag WIC transitions. So, das bedeutet, das ist einfach, zu machen, in bestimmten Bereichen. Du könntest, eine WIP-PAN Transition, speziell in-camera, wo du startest, hierzu, 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 hierzu. Es ist schön. Also, ich mag einfach die Kamera, hierzu, 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 das ist sehr, hierzu. Du könntest, das in die Kamera zu black, dann nach in die Kamera, dann kann ich das in meine Schrift und dann in die Kamera sein, dann könnte ich das in die Dwartheitze, da wäre interessant. Und dann, wenn du nicht in der Kamera einverstanden hast, dann gibt es so viele, wie du in die Kamera in die Kamera kannst du in deinem Software verwenden kannst. Ich weiß, dass Filmora sehr gute Transitionen, das einfach toll sind, wenn du Musik Videos machen kannst. Ich liebe Musik Videos. Ich liebe Musik Videos Videos, Find a topic that you really like to talk about and really niche down and try to get into that niche and then you'll start building an audience of all of the same people that are really interested in the same thing that you're interested in and that's very exciting and then the other biggest thing I would focus on for reels for YouTube videos is make sure you have a good intro and a hook you want to capture people's attention soon and and keep it so the best way to do that I say is to raise an interesting question or kind of raise something that is unexpected that people might not know or maybe start telling a story that people want to see the end of and then you'll have a great hook you are the only you in the world so everybody's going to make this like say we're all shooting a vlog every single vlog is going to be different if we're all in the same location say we were all here at IBC we're all shooting a vlog everybody's vlog is going to be completely different because you're different and so that's what's going to be make you stand out is being true to yourself being authentic and using your voice and telling your story that's that's honestly the best way to do it don't try to be somebody else just be you mega inspirierendes und super spannendes gespräch mit jordan ich danke dir dass du dir die zeit genommen hast und freue mich sehr wenn ihr jetzt den film mora youtube kanal abonniert denn dann verpasst ihr solche spannenden inhalte wie dieses interview auch beim nächsten mal nicht ich freue mich über euer abo und wir sehen uns im nächsten video bis dann wir sehen uns im nächsten mal nicht